Ein Raupenhotel, eines mit richtigen Raupen, mit Seidenraupen, wo eben Seiden spinnen. Ein Raupenhotel in Quinten, hier an diesem Standort. Man kann von unten her, von oben her, man kann es ein bisschen strenger nehmen, ein bisschen leichter nehmen. Und ich war bei der Versammlung der Interessegemeinschaft. Und dann, der hier in der Mitte, das ist der Präsident vom Stiftungsrat, Quinten Lebt, der Schuelschmied. Hier läuft etwas. Wir haben jetzt hier das Haus mit dem Raupenhotel, schöne Terrassen für die Führungen. Und oben drin haben wir noch einen Demoraum. Dort kommt dann so ein Flatscreen rein, mit Plakaten, einfach eine permanente Ausstellung. Auch wenn wir keine Raupen haben, dass wir etwas zeigen können. Das Interesse bei der Versammlung war auf jeden Fall gewaltig. Sarah Tschirki von der Interessegemeinschaft hatte alle Händen voll zu tun. Wenn man denkt, 38 Leute leben hier in Quinten, da waren weit mehr da. Und dann hat die Versammlung so langsam angefangen. Noch ist über das Raupenhotel nicht bewohnt. Die Raupen müssen sehr schnell schlüpfen, ihre Zyklen durchschritten. Das sind Aufnahmen von 2017 in einem anderen Gebäude weit drunter. Das Rauphotel, wo wir jetzt drin sind, ist eben neu. Und der Schuelschmied hat die Anwesenden begrüßt. Noch gesagt, der Maik Ecker, der sei auch interessant da. Und dann? Ganz speziell möchte ich mich begrüssen, die Helene von Guddelberg. Helene, du bist ganz hinten. Grüezi, Grüezi. Grüezi. Helene ist ein spezieller Gast heute. Die Helene ist nicht nur Raupenexpertin. Ich habe dort gehört, seit fünf Jahren beschäftigst du dich mit der Aufzucht von Siderraupen. Sondern ganz neu ist, dass du auch jetzt Expertin im Züchten von Siderraupen bist. Du hast uns die ersten Gäste hier gebracht ins Raupenhotel. Wir hatten eigentlich die ersten Gäste heute, die eingecheckt haben. Wie viele hast du mitgebracht, Helene? Wie viele Raupen? Schätzungsweise 1'000. Schätzungsweise 1'000. Und eine Stunde vor dieser Versammlung hat Helene von Guddelberg auf mich gewartet, hier eben beim Schiffsteig. Die Schlossherrin vom Schloss Salenegg in Meierfeld, Helene von Guddelberg, habe ich natürlich verknüpft mit etwas Kulinarischem. Und ich dachte, sie hättet auch die Turten in der Hand. Aber nein, so war das nicht. Es waren eben Raupen. Damit man das Zeug hoch transportieren kann, da eben in den Gräppchen 814 rauf zum Raupenhotel, welches ihr oben gerade eben gesehen habt, hat sie eben einen Weg nach hinten rum. Wir aber sind vorne rumgegangen. Die Helene von Guddelberg und der Hans-Peter Stüssi hier vorne, ein Architekt, der in Quinten ein Grundstück hat und dort wohnt. Und dann sind wir reingegangen in das Raupenhotel mit den Raupen der Schlossherrin vom Schloss Salenegg in Meierfeld mit der Helene von Guddelberg. Und stolz hat sie ihre Räupchen hier abgelegt. Ich bin rausgegangen, eine wunderschöne Aussicht. Also die Quinten hat es schon in sich. Auch bei einem Regentag. Ich sehe, es war etwas verhangen. Es hat sich gerne noch runtergeschneidt, weit runter auf 1300 Meter. Aber die Quinten ist und bleibt einfach schön. Da kommt man immer den 100 Wasser in den Singen. Jetzt muss ich aber sagen, das sind jetzt die Räupen. Das wären also die 1'000 Räupen. Und dann sind wir hinten in die Küche gegangen. Ich wollte vorhin sagen, da kommt man immer den Friedreich 100 Wasser in den Singen mit seinem Regentag. Wirklich wunderschöne Quinten auch beim Regentag. Und dann hat sie vorsichtig die Räupchen hier reingelegt. Sicher nur die Küche, bis man so weit ist. Da bin ich überzeugt. Und dann ging es darum, diese zu futtern. Die sind einfach gefräsig. Die brauchen das. Dann sind wir hinten gegangen, zwölf Minuten am Arsch mit Hans-Peter Stüssi und mit der Helene von Guglberg. Und hier steil die Maulbeerblätter holen. Natürlich brauchen die kleinen Räupen jetzt noch wenig Nahrung. Gott sei Dank. Die Blätter sind jetzt zu dieser Jahreszeit, Ende April, auch noch relativ klein. Wie gesagt, zwölf Minuten hin, zwölf Minuten her. Das ist also der Weg zum Nahrung für die Räupen. Und ich habe gemerkt, die beiden sind engagiert. Die Helene von Guglberg hat gesagt, das wäre jetzt eine Portion für die kleinen Räupchen. Und dann haben sie noch dies und jenes besprochen. Ich habe mich dann auf den Rückweg gemacht. Wunderschön. Ich habe das richtig genossen. Der zwölf Minuten Lauf mit diesen unglaublichen Weisen und Blumen, die man nicht gerade überall mehr sieht. Das ist ganz speziell hier in Quinten. Und dann bin ich langsam wieder zum Raupenhotel gekommen. Und mich interessiert, wie das jetzt hier weitergeht mit diesen Räupchen. Ja du Helene, was geht denn jetzt hier ab? Jetzt bereiten wir Mittag für unsere Raupen. Jetzt müsste ich aber noch Küchenpapier haben. Küchenpapier hat. Muss das alles steril sein? Nein, aber trocken. Trocken? Die Raupen haben nicht gerne zu viele Nässe. Dann haben wir auch eine Tendenz, weil sie in warmem Klima gerne wohnen, dass es Schimmelpilze gibt. Aha. Darum müssen wir jetzt einfach schauen, dass wir trockene Blätter verwischen. Oder dass die, die wir haben, dass wir die abtrocknen können. Dann haben wir... Irgendwie Papierservietten oder so irgendetwas. Das ist dann kompliziert, gell? Ja das Ganze eigentlich. Woher hast du all das Wissen? Das ist hauptsächlich durch Nachlesen, durch die Unterstützung von SwissSilk und dann Learning by Doing. Also das hat man eigentlich relativ schnell im Griff. Aber jetzt bei deinem Betrieb im Schloss Allernick in Meierfeld ist ja Raupenzucht nicht gerade das Neuliegendste. Woher denn das? Also so weit weg ist es auch nicht, weil die Maulbierbäume brauchen die gleiche Sorten Bodenqualität wie Treppen. Aha. Und dann ist die Raupenaufzucht in seiner Zeit im 18. Jahrhundert auch im Kanton Graubünden ein Thema gewesen, um eigentlich Arbeit für die Arme zu beschaffen. Man hat dann aber herausgefunden, dass sich der Bündner nicht für fabrikähnliche Arbeiten eignet. Und darum ist eigentlich die Siderraupenzucht im Domleschk und im Churer Rheital nie zu fliegen gekommen. Aber zum Beispiel in Chur hat es auch noch den Siderhof. Aha. Aus dieser Zeit. Und dann mit dem Salernick zusammen war es für mich eigentlich neulichend, alte Sachen auszuprobieren, damit einfach das Wissen nicht verloren geht. Du bist auch engagiert, gell? Wie im eigenen Betrieb. Wenn du etwas machst, dann machst du es recht. Man sieht es auch da, gell? Das macht mir Freude. Man muss ja auch nichts machen, wenn man es nicht richtig macht. Also dann ist es... Und das, was mich jetzt besonders freut, ist die Kooperation, die jetzt möglich worden ist dank Quinten lebt. Weil das lüpft natürlich meine Grundidee, es einfach einmal auszuprobieren und für die Pensionierung etwas zu tun haben in ganz andere Dimensionen, die Zusammenarbeit. 35 Tage, gell? Bis es fertig ist und der erste Zyklus, hast du es bei dir zu Hause gemacht? Also diese Räupchen? Ja, also darum sagt man die Jungraupenaufzucht. Die mache ich jetzt in Meierfeld. Ich habe dort auch 120 Mulbeerbäume. Und dann zum sogenannten Ausfutteren und bis sie sich verspinnen, kommen sie dann hier auf Quinten. Und das ist für uns beide der Vorteil, dass wir nicht ganz so lange angebunden sind. Also wir sind beide je noch 15 Tage beschäftigt, statt halt die ganzen 35. Das heisst für dich, also jeder zweite Tag bist du irgendwo auch noch da unten, oder? Nein, nein. Also wenn ich sie dann, wenn ich jetzt die Räupen angeliefert habe, wie heute, dann komme ich eigentlich nur noch zur Freude und die Suche nicht mehr zu schaffen. Super. Ja, können wir. Kaffee ist immer gut. Den können wir brauchen bei dieser schweren Arbeit hier natürlich. Wir sind jetzt eben im Raupenhotel hier natürlich. Und du schnittst ein Simulbeerblätter, die sind natürlich dann im ausgewachsenen Zustand viel grösser, gell? Also Dinge, so klein schneiden, also die Blätter sind viel grösser und die Räupen auch. So klein schneiden, tut man es eigentlich nur, solange die Raupen auch noch klein sind. Und dann sollten die Blätter etwa gleich gross sein, wie die Raupen lang. Was ist das, was du hast? Das ist schon mal nicht eine Mahlzeit für alle, oder? Mal, für heute sagen wir das, ja. Dann gehen wir mal rein in diesem Fall. Mal, sehr gerne. Das sind wir jetzt also deine, gell? Das sind jetzt die Raupen? Jawohl, das sind sie. Die sind jetzt geschlüpft vor vier Tagen. Sie haben schon einmal die Haut gewechselt. Das eine heutige haben sie schon hinter sich. Und sehr wahrscheinlich morgen, weil es ist so in einem Viertagesrhythmus, wachsen sie eigentlich aus ihrer Haut raus. Das heisst, dann haben sie einen Tag lang, wo sie weniger fressen und sich darum bemüht, dass sie zur Haut auskommen. Und dann haben sie wieder schon ein paar Hunger. Du, die sind ganz ruhig irgendwie, oder? Ja, da kommt jetzt schon, jetzt hat es nicht mehr furchtbar viel zu fressen. Da kommt jetzt schon ein bisschen Leben in die Sache, wenn es wieder frische Blätter hat. Und das muss man so schön verteilen, oder? Das sieht aus, wie es nicht lauchten. Genau, genau, genau. Sie schmecken die, glaube ich, schon. Hast du dich vorher auch schon gefuttert? Also, was sie dich gefährden, glaube ich, wenn du da kommst? Also, man tut ja auch trocknete Mulbeerblätter bei den Eiern, also während der Inkubation dazu, damit sie dem Geschmack nahe laufen. Und dann bei den trockneten Blättern warten, bis es richtige gibt. Und wenn man kein Blätchen streut, dann geht es normal auf Futtersuche, bis es noch immer nachkommt. Weißt du, vorher auf dem Blätchen habe ich gedacht, das ist relativ wenig. Aber jetzt, wenn du das überstreust, also die mögen gleich mal recht fressen, oder? Mal, mal. Du, was ist denn da los, wenn die mal älter sind? Dann kommst du dir fast immer ins Futter, oder? Ja, das ist dann eben die grosse Arbeit. Weil, ich meine jetzt, wenn die ungefähr 1'000 Stück dann im letzten Alter sind, also im 5. vor dem Verpuppen, dann sind sie so dick wie mein kleiner Finger und etwa so lang, also 10-11 cm lang. Aha, ja. Und dann mögen sie natürlich recht fressen. Aha, aha. Dann kommen jetzt auch die Blätter ganz über, also dann muss man sie nicht mehr vorschnetzeln. und wenn sie so richtig am Knabbern sind, klingt es, wie wenn Regen auf einem Zeltag würde. Aha. Würde tröpfeln. Also ich merke es, du bist etwa mal auch in der Nacht gulöslich gegangen. Du bist richtig engagiert. Ah, das gehört man auch am Tag. Aha. Weil sie fressen Tag und Nacht. Aha. Also in einem Moment. Ja. Oh, macht Freude. Es ist ein Tier, es macht Freude. Ja. Und die Temperatur und alles muss hier irgendwie abstimmen, oder? Ja, das ist relativ wichtig, dass man zwischen jetzt in diesem Alter um die 24, 25 Grad Raumtemperatur hat. Und vor allem die Luftfeuchtigkeit muss recht hoch sein, mit um die 70 Prozent. Tropisches Klima. Die Temperatur ist bei dir jetzt im Schlosshalle kein Problem, in diesem Fall. Ich habe mich in einem kleinen Badzimmer eingerichtet. Ah, eben. Und sonst wäre es unmöglich. Eben, gell. Ja, ja, ja. Das heisst, mit anderen Worten, also du hast ein Tier etwa so, 10, 12, 13 Tage sind die jetzt alt? Ja. Und was ist denn nach 35 Tagen? Was ist denn denn genau? Dann sind sie ausgewachsen? Dann sind, also nach etwa 30 Tagen sind sie ausgewachsen und dann fangen sie sich an einzuspinnen im Cocon. Aha. Und das, was wir ja eigentlich wollen, ist der Cocon. Also nach etwa 30 Tagen kommen wir eigentlich dann in Endspurt, wo die Siderraupen sich so viele Hormone aus den Blättern angefressen hat, dass das Signal ist für das Verpuppen. Und der Puppe dauert etwa drei Tage und in diesen drei Tagen spinnt die Raupen zwischen zweieinhalb und drei Kilometer Faden. Und das ist eigentlich das, was wir... Was hast du denn? Zweieinhalb bis drei Kilometer? Das ist von da, wenn wir da hinten durchfliegen würden, Ja, so über. Ja. Genau. Das wäre also etwa diese Distanz. Genau. Die machen es dann locker in diesem Fall, oder? Wenn sie gesund und glücklich sind, machen sie das. Ja. Das ist aber schon Wissenschaft. Das ist ja noch fast schwieriger als zwei, oder? Nein, es ist sehr anders. Aha. Aber auch nicht unkompliziert, oder? Nein, aber spannend. Mir macht einfach Neues ausprobieren, und das Lernen macht mir Freude. Aber könnte es passieren, dass du dich auch bemüht hast, und am Schluss wird nichts daraus? Es kann passieren, dass man Krankheiten irgendwo herrinschleicht oder auflässt, oder eben, dass sich Schimmel bildet. Aber bis jetzt habe ich Glück gehabt. Auf jeden Fall aktiv sind sie. Also das sieht man. Man sieht jetzt auch ein gewisses Krabbeln, oder? Wie lange geht es das, bis sie das wegkommt? Ähm, was haben wir jetzt? Ich meinte, das nächste Mal freuen sie sich sicher zwischen sechs und sieben, wenn sie wieder etwas bekommen. Das habt ihr schon geholfen, oder? Ja. Und wie lange bleiben die jetzt da rein? Ähm, wenn es morgen tatsächlich die nächsten Häutung kommen, dann lässt man sie mehr oder weniger in Ruhe morgen. Dann gibt es auch ein wenig weniger zu fressen. Damit einfach die, die noch nicht ganz in der Häutung sind, nicht zu viel Hunger haben müssen. Und dann tut man übermorgen morgen nochmal ein Tuchli drüber, mit ein wenig grösseren Löcheln. und füttern dann eigentlich durch das Tuchli durch. Also dann kledern sie hoch. Und nachher kann ich dann eben die obere Schicht, also das Tuchli, ablupfen. Und dann habe ich damit auch gemischtet, das ist wieder sauber. Und dann geht es bis zum nächsten Alter. Also wir haben jetzt noch das dritte, das vierte und das fünfte. Also sie müssen noch dreimal Haut wechseln, bevor sie sich dann verpuppen. Du machst das nicht das erste Mal, wie lange machst du das schon? Ähm, Bäume gepflanzt habe ich vor fünf Jahren. Mit den ersten Räupchen habe ich anfangen vor vier Jahren. Und dann ist es einfach eine Sommerarbeit. Oder wenn die draussen Kablette erwachsen, dann hat man mit Raupen nichts zu tun. Und wir haben die Tiere schon immer Freude gemacht. Und das Schönste finde ich da, dass es eben zeitlich begrenzt ist. Also es ist Tierhaltung mit Verfallsdatum. Ja, auf dem Fall kann man auch sagen, toi toi toi. Und du bist irgendwie rundum zufrieden. Auch jetzt gerade mit der Kooperation, eben mit der Stiftung Quintenlebt. Sehr, sehr. Weil da miteinander, meinte ich, können wir mehr machen, als nur einfach Freude an den Tieren haben. Und damit wir auch sehen, wie schön das überhaupt ist. Noch einmal ganz schnell aufgeblendet. Hinten dran, Morg. Jawohl, Morg. Und eben dort Quinten. Also Quinten lohnt sich immer. Natürlich hat die Raupen-Hotelle, aber sicher auch aus anderen Gründen. Quinten lebt. Du lebst ein so relaxtes Neckchen drin. Für andere vom neuen Raupen-Hotel. Also es ist eigentlich schon schön das Quinten, oder? Ja, Quinten ist fabelhaft. Du hast hier Rechthandsürge. Ich bin auch ein bisschen stolz auf uns. Wir haben 2017, du magst dich erinnern, sind wir so wie in einem Labor drin, noch im alten Raupen-Hotel, wo wir mal probiert haben, mit ein paar Räubeln etwas zu machen. Jetzt sind wir hier 2019, im Mai. Wir haben vor 6'000 Siderraupen aufzuzeichen, im neuen Raupen-Hotel, an einem wunderbaren Ort, hier in Quinten. Wir sind hier auf der Terrasse draussen vom Raupen-Hotel. Das heisst, wir können nicht nur die Raupen aufzuzeichen, sondern wir können das auch den Leuten zugänglich machen. Wir können Führungen machen, wir können da Leute einladen und wir können da wunderschöne Führungen machen. Und da freue ich mich drauf. Es gibt eine Internetseite, wir blenden die natürlich ein. Quinten lebt, da kann man sich melden. Aber wir staunt es immer, dass ihr da oft beibringt. Also wir haben das erste Raupen-Hotel, jetzt haben wir das zweite in einer wunderschönen Lage. Also da lohnt es sich schon zum Raupen kommen, wenn jemand von Raupen gar nichts versteht. Also da lohnt es sich schon zum Spaziergang hoch natürlich. Wie bringt ihr das denn Stand an? Ja, da hast du recht. Du hast einen gewissen Rückenwind, oder? Wenn du über den See fährst und in einer wunderbaren Landschaft hier eingebettet bist, macht das doppelt die Freude zum Arbeiten. Von meiner Seite her ist die Motivation die, ich finde, man sollte etwas zurückgeben. Und die Bevölkerung hier in Quinten hat es verdient, dass man etwas zurückgibt, dass man etwas macht, dass die 38 Bewohner, die da sind, auch weiterhin eine Existenz haben, und das Projekt Sideraupen, das ist ein Teil davon. Und auch ein Teil vom Stiftungszweck der Stiftung Quinten lebt. Wir haben natürlich auch wunderbare Unterstützung von der Bevölkerung. Also du siehst es nachher, wir haben jetzt ja die Interessensgemeinschaft Quinten lebt, wo wir zum sechsten Mal zusammenkommen. Das sind nämlich 40, 50 Leute. Da berichten wir über unsere Projekte, die wir in der Stiftung haben. Und dann suchen wir natürlich immer wieder Leute, die uns unterstützen. Wir sagen, es ist dumm, wir brauchen jetzt am 10. Mai jemanden, der hilft jettet. Und dann auf das Mal hast du wieder 10 Leute zusammen, die helfen jettet. Die einen jettet, die anderen machen dann Spaghetti für die, die hungrig sind nach dem jettet. Das ist natürlich auch ein wunderbares, tolles Teamwork, das hier in Quinten ist. Quinten lebt im Raupenhotel. Also da kann man sich anmelden, da kann man rufen. Und was erwartet einen da? Wenn man da ins Raupenhotel kommt, dann kann man da durch ein grosses Fenster schauen und sieht die Sideraube in ihren verschiedenen Zyklen. Eine Sideraube durchlebt 5 Zyklen, geht dann nachher in den Gokko hinein. Alle diese Sachen kann man da erleben mit einer schönen, professionellen Führung und mit einem wunderbaren Aporo abrunden. Was verknüpft jetzt die speziell mit Quinten? Warum deine Liebungen zu Quinten? Warum das Engagement für Quinten? Mein Engagement für Quinten gilt Quinten plus den 38 Einwohnern. Meine Überzeugung ist, dass man etwas zurückgeben sollte im Leben. Und mein Beitrag ist der, dass ich mit meinen Kenntnissen und mit meinen Fähigkeiten, die ich in der Stiftung, weiter antreiben kann. Also etwas zurückgeben. Das ist ja so etwas, wie man so sagt. Aber hat es etwas ganz einen bestimmten Auslöser gehabt? Ja, was Schöner ist, etwas zurückgeben. Auf die einen Seite kannst du etwas spenden oder etwas machen. Da ist es so, dass meine Arbeit direkt vor Ort ankommt. Und ich sehe, wie zum Beispiel hier, die Sideraube sind in der dritten Generation. Wir haben ein Sideraubehotel. Meine Arbeit da kommt direkt an. Das ist eine wunderbare Sache. Und was man klar sagen, achtet ihr ins Glück sind da, die leben da. Und so etwas, so eine Attraktion belebt natürlich. Quinten auch. Das haben wir jetzt auch festgestellt, oder? Ja, hast du absolut recht. Das belebt Quinten. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, wir haben ja noch ein zweites Projekt. Das ist das Projekt Dörfi 1370, wo wir zwei Wohnungen, das B&B und einen Gastrobetrieb machen. Da suchen wir im Moment Leute, die auf Quinten kommen und wohnen. Und mit diesen Aperos etc. haben wir natürlich immer die Möglichkeit, den Leuten zu zeigen, wie schön das Quinten ist und dass man da eben auch wohnen kann. Wie siehst du das als Wochenende Quinten? Ist die Attraktion von Quinten nach wie vor da? Oder hat sich das irgendwie verändert? Wie sieht das? Man sieht es ja manchmal bei den Berggebieten, die Abwanderungen so. Wie siehst du das jetzt da bei Quinten? Also wir haben die Wohnungen nicht allzu gross ausgeschrieben, haben aber doch eigentlich einen regen Zuspruch von Interessenten, die sagen, sie möchten nach Quinten kommen. Weil weisst du, wenn du mit dem Schiff rüber bist, das dauert dann vielleicht zwölf Minuten, bist du in Murg oder unter Terz und hast eine Anbindung an den öffentlichen Verkehr. Ich vergleiche es immer mit Zürich, wenn du irgendwo in Zürich wohnst, wo du mit dem Tram ziehst du einen HB und vom HB gehst nachher an deinen Arbeitsort, da steigst du einfach ins Schiff ein, bist nachher in Murg und von dort weg gehst mit dem öffentlichen Verkehrsmittel nach Zürich. Du bist in 40 Minuten in Zürich. Also Quinten ist sehr attraktiv. Verkehrsanbindung also super, dann dürfen wir hoffen auf Swisscom oder andere Anbieter, die endlich vielleicht auch das Internet auch noch möglich machen. Da muss man eine kleine Klammer machen. Öffentliche Anbindung super, der Schiffsbetrieb, wir sind da in Mengenkontakt mit der Politik und dem Schiffsbetrieb, dass wir den Schiffsbetrieb in den Arbeitsstunden noch weiter ausdehnen können. Da arbeiten wir noch dran. Das ist natürlich auch wichtig, weil es zum Teil auch Leute gibt, die hierher gegangen sind und zum Beispiel eine Ausbildung in Chur gemacht haben. Ich weiss jetzt gerade jemand, der damals nicht in Chur übernachten musste, weil nach der Schule am Abend verbindet mich es. Da arbeitet man dran. Und unter Umständen, ich denke, das haben wir Swisscom und Richtstrahlantennen usw., da gibst du nicht auf. So schnell gibst du noch nicht auf. Nein, auf keinen Fall. Das sind die Kernthemen, die wir jetzt behandeln haben, in der Stiftung drin. Und wir müssen schauen, dass wir mit der Politik weiterkommen, dass man die Quinte bemerkbar machen kann. Ich glaube, die Quinte ist ein bisschen in Vergessenheit geraten. Die Quinte ist ja eine andere Region. Und es ist halt nicht eine Bergstrasse, sondern es ist ein See, den es zu überwinden gibt. Und da ist man vielleicht ein bisschen überfordert gewesen. Und jetzt müssen wir, bei der Politik ist es immer so, wo du den richtigen Faden finden musst und den Faden ins richtige Nadelöhr tun. Und da sind wir dran, damit wir hier am richtigen Ort den richtigen Faden setzen können. Weisst du, wir haben es den Zyklen auserweint, die 5 Zyklen, 35 Tage. Und nach 35 Tagen fangen die Räupen an Spinen. Kilometer drei bis dreieinhalb Kilometer, das ist also von Quinte nach Morgen durch die Strecke. Dann sollte das doch auch noch möglich sein, das mit Richtstahl überwinden zu können, oder? Ja, es hängt dort mehr am Willen als an der Technik. Das heisst also, euer Wille, aber zum da weitermachen beim Raubhotel, auch mit dem Erwerb einer Liegenschaft, mit dem Aufbau, mit einem riesigen Engagement mit Raupenfutter zu züchten und eben auch Leute hier empfangen, euer Wille, der ist ungebrochen. Absolut, der ist ungebrochen, nicht ungebrochen bleiben. Was ist so dein grössten Wunsch? Gerade in dem Moment, also wir haben jetzt Ende April, Anfang Mai, leider, leider hat es gerade wieder abgeschaltet, aber es kommt ja wieder besser, natürlich. Was ist so dein grössten Wunsch bezüglich Quinten? Mein grösster Wunsch ist, dass man Quinten in St. Gallen wie in Bern besser bemerkbar machen als in der anderen Region und wir da ernst genommen werden. Und Post ist ein gutes Beispiel. Die Post hat uns ernst genommen. Man wollte die Postzustellung hier in Quinten abschaffen. Die Post hat sich Zeit genommen, mit einem Abgesandten hierhin gekommen. Wir haben jetzt wieder eine Postzustellung. Wir haben einen Bauern, der das in einer 15%-Stelle machen kann. Das ist fantastisch. Und genau das wünsche ich mir für die öffentliche Anbindung über den See wie auch fürs Internet. Kann man auch sagen, hoffentlich geht bei den anderen auch die Post ab. Genau, hast du absolut richtig gesagt.